So, jetzt sind wir drauf. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Grüße alle Medienvertreter, alle Fans, die uns im Business Club und im Stadion sowie in der Fankneipe noch zuhören und zuschauen. Natürlich hier vorne begrüße ich auch die beiden Trainer, Markus Weinzierl und Martin Schmidt. Markus, wenn ich dich um deinen Kommentar bitten dürfte. Ja, Glückwunsch an den FCA zu diesem Sieg und ich will heute eigentlich nur eins sagen und zwar, dass ich mich für diese Leistung nur entschuldigen kann. Das darf uns nicht passieren und es ist auch schwer zu erklären, wie wir so ein Spiel abliefern, wie wir so in das Spiel reingehen. Wir haben keinen Zweikampf gefühlt gewonnen, den kannst du auch nicht gewinnen, wenn du keinen Zweikampf suchst und ich habe gewusst, wie der FCA agiert. Sie kapieren, wie der Abstiegskampf funktioniert und das haben wir heute erlebt. Dankeschön. Danke, Markus. Martin. Ja, danke für die netten Worte, Markus und kommen auch an und die tun auch gut. Im ganzen Verein, glaube ich, dem Team und mir auch. Und wir hatten eine unheimlich schwierige Woche diese Woche, das könnt ihr mir glauben. Wir haben gefühlt Anfangswoche fünf, sechs Spieler weniger gehabt, sind dann schlussendlich wirklich ohne Finn Boggason, ohne Kuh, ohne Kobel und vor dem Spiel gestern hat sich der Rani Kedira noch fast abgemeldet. Wir haben ihn dann gestern geschont, weil wir wussten, wir haben Spieler, die können noch nicht Startelf. Julian kann noch nicht Startelf. Jan hatte erst eine Trainingswoche hinter sich und deshalb hat man eine komplizierte Woche. Aber ich habe den Männern auf dem Training immer gesagt, es geht nicht um die, die nicht da sind, es geht um die, die da sind und die hochgehalten. Wir hatten da eine gute Mannschaft auf dem Platz, mussten leider den Rani dann runternehmen, wir mussten Jeff auch runternehmen wegen einer muskulären Geschichte und wir sind da noch nicht durch. Also diese Woche wird wieder kompliziert, zurückkommt voraussichtlich nur Kuh. Vielleicht hat das sogar irgendwo im Kopf auch eine Rolle gespielt. Wir wussten, oh, der fehlt, der fehlt, der fehlt. Wir müssen und Verleger hat es beim Gegner irgendwie auch eine Rolle gespielt, wenn man plötzlich denkt, oh, jetzt kommen da drei gute nicht. Ich weiss es nicht. Wir hatten heute das nötige Spielglück, schnell in Führung gegangen, ein zweites nachdoppeln können und das Team hat das gemacht, weil wir die Woche trainiert haben. Das war Fussball, Spass am Fussball haben, Positivität im Kopf und die Stadt zum Lachen bringen wollten wir und ich glaube, das haben wir heute geschafft und deshalb großen Dank meiner Mannschaft für die Leistung und mir für diesen Heimeinstand. Aber ich glaube, dass solche Resultate auch verpflichten und wir uns am nächsten Freitag hier bestätigen müssen, weil das Schlimmste wäre jetzt, wenn ein Einbruch kommt. Ich werde dafür mit meinem Team arbeiten, dass es nicht kommt. Wir wollen auch das nächste Spiel so angehen wie die letzten zwei. Dankeschön. Dankeschön, Martin. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um kurzes Handzeichen. Herr Weinzierl, Sie haben gesagt, dass Augsburg weiß, was Abstiegskampf bedeutet, jetzt nicht wortwörtlich, aber in dem Sinne. Es sah heute so aus, als wüsste Stuttgart nicht. Was kann nach so einem Spiel oder was muss nach so einem Spiel jetzt passieren? Ja, wir werden viel sprechen müssen, wir werden das Spiel analysieren müssen, aber nochmal, ich habe mich entschuldigt für diese Leistung, das sagt schon viel aus und so können wir uns definitiv nicht präsentieren und so kann es auch nicht weitergehen. Herr Weinzierl, gehen Sie davon aus, dass Sie auch in der nächsten Woche weiterhin der Trainer sein werden? Ja, diese Frage kenne ich jetzt schon und begleite mich schon zwei, drei Monate. Ich habe heute keine Argumente mit diesem Ergebnis geliefert für mich. Gibt es denn für Sie einen Gedanken, dass Sie sagen, ich lege das Amt selber nieder? Lassen Sie uns Gespräche führen und lassen Sie uns das Spiel verdauen und dann schauen wir weiter. Herr Weinzierl, vor dem Spiel hat mein Kollege Sie gefragt, ob Sie denn mit manchen Spielern, ob Sie da persönlich enttäuscht sind von denen. Da haben Sie gesagt, nein, da sind Sie eigentlich mit einem Einverstanden. Wie sieht es heute nach dem Spiel aus? Ich bin über die Leistung enttäuscht, aber ich kann mich in die Spieler nur hineinversetzen, dass es natürlich, wenn du unbedingt gewinnen musst, nicht einfach ist, wenn es so läuft, wie es aktuell läuft, dass die Saison unheimlich schwierig ist, dass das Ganze tiefgründiger ist, glaube ich auch. Wenn du dann 0-1 in Rückstand gerätst, wenn du keinen Zugriff ins Spiel bekommst, wenn du zu weit wegstehst, dann nimmt das eine Dynamik an und die Jungs sind auch noch Menschen. Ich bin, um die Frage zu beantworten, nicht enttäuscht von irgendeiner Person, sondern von der Gesamtsituation. Fühlen Sie sich aber von der Mannschaft irgendwo im Stich gelassen? Nein. Gut, dann herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ihnen allen noch einen schönen Abend und unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Mein jedes đội Dein 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 Vielen Dank.